Hallo und schön, dass du hergefunden hast. Ich bin Dr. Dania Schumann und ich möchte dich dabei unterstützen, ein Leben zu führen, was dich auf allen Ebenen deines Seins nährt. Genau deswegen habe ich Nourish Your Life gegründet, deine Community für ein genährtes Leben. Hier schauen wir uns jeden Monat ein neues Thema an, was wir aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Dazu gebe ich dir Input aus dem Ayurveda, Yoga, der Ernährungswissenschaft und Reflektionen, um deine Persönlichkeit und dein Potenzial zu entfalten. Du findest in der Community-Plattform dazu Videos, Audios, Meditationen, Rezepte, Übungen und Workbooks. Am wichtigsten ist aber der Community-Gedanke. Nourish Your Life gibt dir einen Raum, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Hier kannst du deinen Soul Tribe finden, also Menschen, die den Weg eines genährten Lebens mit dir gemeinsam gehen und dich unterstützen, wenn du Rat oder Halt brauchst. So können wir voneinander lernen und gemeinsam wachsen. Ich möchte, dass du so kommen kannst, wie du bist und dass du dich hier ganz zu Hause fühlen kannst. Ich würde mich sehr freuen, dich bei Nourish Your Life begrüßen zu dürfen und dich kennenlernen zu dürfen. Namaste.